Heute bauen wir eine To-Do-List mit Angular. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Und zwar ist das ein besonderes Video. Und zwar ist der erste Part zu einer jetzt anfangenden Angular-Reihe. Grundsätzlich wollte ich das schon länger mal machen. Und viele von euch haben sich das gewünscht. Unten auf dem Discord-Server, der verlinkt ist, aber auch auf Patreon und den YouTube-Umfragen kam immer wieder raus. Einmal, ihr wollt eine längere Reihe sehen und ihr wollt auch gerne was mit Angular sehen. Grundsätzlich, ich arbeite die letzten Jahre mit Angular sehr intensiv. Ich baue eigentlich kaum noch Standard-Webseiten oder so etwas, sondern eigentlich nur noch so Microsites. Und grundsätzlich macht das sehr viel Spaß, weil man damit mehr machen kann als eine 0x15-Website. Wozu man Angular nutzt, wie das Ganze aufgebaut ist, wie die Architektur dahinter aussieht, was wir in diesem Video machen werden, wie diese Videoreihe aufgebaut ist, dazu gibt es gleich eine kleine Präsentation. Vorneweg möchte ich aber zwei Sachen, beziehungsweise drei Sachen ankündigen. Nummer eins, dieses Video, also diese Videoreihe, ist nicht für Anfänger. Es ist zwar für Angular-Anfänger, was heißt, es wird so aufgebaut, dass ihr nicht zu Angular wissen müsst. Allerdings sollten euch JavaScript, beziehungsweise besser TypeScript schon ein Begriff sein, dann SAS, beziehungsweise CSS und natürlich HTML. Diese drei Sachen sollten also schon irgendwo, müsste so ein kleines bisschen Grundverständnis da sein. Sonst wird es eventuell etwas schwerer, das Ganze nachzuvollziehen. Ich werde zwar auf vieles eingehen, aber bestimmte Sachen beispielsweise werde ich nicht erklären, wie WIS 100% oder wie CSS Flex funktioniert. Ich werde es einfach benutzen. Ich habe hierzu extra Videos gemacht. Schaut sie euch einfach an. Das andere, was wir haben, ist, wie gesagt, es ist ein Tutorial. Ein Tutorial bedeutet, es ist in der entschließenden Form beispielsweise einfach kein abschließendes Produkt. Was heißt, wenn ihr dieses Video durchmacht, werden wir es komplizierter aufbauen, als es eigentlich müsste. Viele von euch, die eventuell mit Angular schon mal gearbeitet haben, werden das merken im Laufe des Videos, dass wir bestimmte Elemente einfach ineinander verschachteln, obwohl das im Nachhinein eigentlich gar nicht so clever ist, das zu tun. Und das hat einfach den Grund, das sage ich dann auch explizit in den Teilen, weil wir dieses Szenario, was wir uns vorstellen, in den kleinsten Details durchbrechen wollen. Das heißt, wir wollen die Kommunikation zwischen Komponenten ermöglichen. Dafür müssen wir mehrere Komponenten haben, bräuchte man natürlich nicht und so weiter. Das andere bedeutet auch beispielsweise die Serveranbindung, die wir im Laufe des Videos etablieren und benutzen werden, um HTTP-Calls zu senden und zu empfangen, also unsere Daten zu verwalten, ist nur ein prototypisches Tool. Dieses Tool werde ich in dem Video dann erklären und wir werden damit eine Menge machen können. Allerdings ist das in keiner Form ein wirkliches Backend. Hierzu gibt es Alternativen, die wir uns im Laufe des Videos, wo wir über den Server sprechen, auch ansehen werden. Das sind die beiden Hauptdisclaimer. Der dritte Disclaimer ist eigentlich kein wirklicher Disclaimer, sondern eine Ankündigung. Und zwar mit dem Beginn dieser Reihe, also jetzt in dem Moment, wo das Video online geht, können alle Patrons alle Teile dieses Videos schon ansehen, beziehungsweise alle Teile, die zu dieser Reihe gehören. Für alle, die leider keine Patrons sind, diese müssen leider einige Wochen warten, weil jede Woche normal nur ein Video kommt. Das hat zwei Hauptgründe. Nummer eins, es ist Part von Patron und Nummer zwei, der deutlich wichtigere Grund ist, ich musste Videos vorproduzieren. Ich stecke gerade mitten in meiner Thesis und musste jetzt in einem Rutsch mehrere Videos vorbauen, sodass ich die nächsten Wochen einfach euch Content liefern kann, aber gleichzeitig auch an meiner Thesis arbeiten möchte. So, das sind die Sachen, die ich vorneweg ankündigen will. Und jetzt verlieren wir nicht genug Zeit, sondern legen einfach direkt los. Und viel Spaß! So, und los geht's mit dem heutigen Video. Als erstes klären wir hierzu die Frage, was ist Angular? Das Erste, was wir hier klarstellen müssen, ist, dass AngularJS nicht Angular ist. Diese beiden Frameworks haben zwar Teile ihres Namens gemeinsam, gehören aber in keiner Form zusammen. Das heißt, AngularJS ist quasi die erste Form von Angular, ist allerdings heute veraltet, basiert auf JavaScript. Angular hingegen ist neu, wird aktuell weiterentwickelt, dahinter steht Google und basiert auf TypeScript. Grundsätzlich kann man da eher sagen, Angular ist ein TypeScript-basiertes Frontend-Web-Applications-Framework. Es wird von einer Community aus Einzelpersonen und Unternehmen angeführt durch Google entwickelt und als Open-Source-Software publiziert. Das heißt, man kann es einfach kostenlos nutzen. Es wird von einem der weltweit größten und führenden Internetkonzerne unterstützt. Das ist gut und gleichzeitig auch schlecht. Warum und wieso, kann man sich denken. Grundsätzlich bedeutet es aber, dass Angular ein sehr stabiles Tool ist und die neuen Versionen eigentlich auch meistens ohne größere Probleme funktionieren. Das sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man beispielsweise in Zukunft viel oder ein großes Programm damit entwickeln möchte. Aber für was nutze ich Angular? Also was bringt mir Angular im Vergleich zu einer reinen JavaScript- und HTML-Seite? Angular ist modular. Was heißt, ich habe viele kleine Module, die ich mir zusammenbauen kann, so wie ich es brauche, um kein riesengroßes Framework einzubinden, sondern nur die Teile zu benutzen, die ich wirklich für mein Projekt nutzen möchte. Das nächste ist, Angular ist sehr schnell und sehr performant. Vor allem die neuesten Versionen, also 6 und 7, haben nochmal einen kleinen Speedboost gekriegt. Und ihr könnt damit sehr einfach, sehr effizient Daten bearbeiten, beispielsweise irgendwelche Formulare erstellen, das überprüfen. Ihr könnt sehr schnell komplexe Formular-Validationsgeschichten hinzufügen mit dem Add-on Google Material beispielsweise, aber auch hauseigene Drag-and-Drop-Lösungen. Viele verschiedene andere Punkte sind mittlerweile hinzugefügt, werden großflächig unterstützt und bieten so die Möglichkeit, komplexe webbasierte Anwendungen zu erstellen. Was heißt, es ist ein Frontend-Framework, was einem ermöglicht, ein User-Interface zu entwickeln, das mehr macht, als nur das Darstellen von Informationen, beispielsweise wie WordPress oder Typo3 oder ähnliches, was CMS-Systeme sind. Es hat also nicht die Aufgabe, einfach nur Informationen darzustellen, sondern es hat die Aufgabe, mit Informationen zu interagieren, damit zu arbeiten. Das heißt, Angular sollte nicht dafür genutzt werden, einfach nur Informationen runterzurändern. Dafür sind andere Lösungen deutlich besser, sondern es sollte genutzt werden, um mit Informationen zu arbeiten oder neue Informationen zu erschaffen. Ein Alternativen zu Angular sind beispielsweise React oder Vue. Diese beiden Frameworks können mehr oder weniger dasselbe wie Angular. Alle drei unterscheiden sich natürlich etwas voneinander, wobei ich beispielsweise zu React sehr wenig sagen kann. Damit habe ich noch nie ein Projekt umgesetzt. Und mit Vue habe ich bisher nur einige wenige kleine Gehversuche gemacht. Aber grundsätzlich sagen viele Beiträge und auch die Allsatzmeinung im Internet mehr oder weniger, dass sie sehr ähnlich sind. Vue wird gerade nur etwas stärker gehypt, weil dahinter halt kein großes Unternehmen steht. Hinter React steht beispielsweise Facebook. Aber es gibt natürlich auch Nachteile dieser Technologie. Und die sind beispielsweise, dass sie nicht für kleine Projekte geeignet sind. Was heißt, egal ob React, Vue oder Angular, für kleine, kleine Projekte wie eine Homepage oder so etwas, sind diese Frameworks eher ungeeignet. Sie sind dafür sehr komplex und machen eigentlich keinen wirklichen Mehrwert. Es wird, um mit Angular arbeiten zu können, eine externe Backend-Logik benötigt. Also in irgendeiner Form eine REST-API, ein Server, der einen mit Daten versorgt, weil Angular kann lokal keine Daten speichern. Wenn ihr in Angular arbeitet, die Webseite schließt und wieder öffnet, dann werden alle Informationen weg. Ihr könnt sie natürlich beispielsweise im Cache oder als Cookie hinterlegen. Allerdings sollte man das nicht machen. Und deswegen sollte man immer darauf achten, eine externe Backend-Logik zu besitzen. Hierfür gibt es fertige Tools wie Colorful oder Firebase von Google, aber auch so etwas wie Direktos, das man selbst hosten kann. Außerdem ersetzt Angular keine Webseiten im üblichen Sinne. Das heißt, Angular hilft einem dabei, Interface zu entwickeln, die für komplexe Aufgaben und Anwendungen gedacht sind, aber nicht einfach nur sein Portfolio darzustellen. Was heißt, für solche Verwendungen gibt es einfach Tools, die besser geeignet sind, schneller und einfach besser funktionieren als Angular. Wer allerdings wirklich mal etwas Komplexeres bauen möchte, der wird mit Angular deutlich schneller an sein Ziel kommen. Der grundlegende Aufbau von Angular ist immer der gleiche. Das gibt einmal einen Server, der verwaltet die Daten, antwortet auf HTTP-Requests. Also die stellt sozusagen das Backend. Dann gibt es Angular. Angular ermöglicht das Darstellen und Interagieren mit den Daten vom Server. Und am Ende steht ein User, der, wie gesagt, einfach meistens nie so richtig weiß, was er eigentlich gerade macht. Und das bedeutet, dass Angular aktuell auf derselben Ebene arbeitet wie HTML, CSS und JavaScript, was auch ziemlich leicht nachzuvollziehen ist, wenn man einmal ein Angular-Projekt gebildet hat, weil in dem Moment erhält man eigentlich meistens nur eine Index-HTML, eine CSS-Datei und eine JavaScript-Datei. Was heißt, selbst unser TypeScript oder SAS wird runtergebrochen auf, ja, unseres kleines bisschen JavaScript und CSS. Aber jetzt erstmal, was bauen wir eigentlich? Und zwar bauen wir in diesem Video-Tutorial, in dieser Reihe, bauen wir eine To-Do-Liste. Diese To-Do-Liste, also im Laufe dieser To-Do-Liste in diesem Tutorial, beschäftigen wir uns mit den folgenden Elementen, nämlich einmal Komponenten, Service und Interface-Objekten in Angular. Wir beschäftigen uns mit dem Form-Module. Wir beschäftigen uns mit HTTP-Modules. Was heißt, wie können wir Get, Post, Delete und Create, beziehungsweise Put-Anfragen an den Server schicken? Und wie erhalten wir Antworten darauf? Wie können wir mit diesen Antworten arbeiten? Wie funktioniert eigentlich TypeScript? Was ist der große Unterschied zu JavaScript? Wie setze ich mir eine REST-Demo auf? Also, wenn ich beispielsweise in einem Team arbeite und ich möchte nur schnell meine Anwendung im Frontend testen, habe sie aber noch nicht im Backend fertig, kann mir so einen Demoserver praktisch generieren? Und wie kann ich in Angular mit Drag-and-Drop arbeiten, als kleines, extra am Ende des Videos? Jetzt die Frage, wie ist dieses Video-Tutorial aufgebaut? Grundsätzlich besteht dieses Video-Tutorial oder diese Reihe aus acht Parts. Der erste Part ist das Intro, sozusagen die Einleitung in das Thema, was wir heute abgeschlossen haben. Nächste Woche kommt dann dran, Design der App mit Adobe XD. Was heißt, wir werden unsere To-Do-Liste erstellen, gestalten, uns ein bisschen damit beschäftigen, was steckt mit der Konzeption dahinter zu tun. Der dritte Part wird der grundlegende Aufbau der Angular CLI sein. Was heißt, wie sieht Angular eigentlich aus? Wie kann ich damit arbeiten? Wie kann ich mir neue Komponenten und so weiter erschaffen? Der vierte Part wird dann sein, grundlegender Aufbau mit HTML und SAS. Was heißt, wir werden unser Design schon mal übernehmen auf unsere App. Was heißt, wir werden die einzelnen Komponenten gestalten. Wie sieht ein To-Do-Listen-Punkt aus? Wie sieht unsere Liste aus? Und so weiter. Der fünfte Part wird dann das Interagieren damit sein. Was heißt, wie können wir neue Elemente erstellen? Wie können wir vorhandene Elemente löschen, bearbeiten, verschieben und so weiter? Im sechsten Video werden wir uns mit der Kommunikation zwischen Komponenten beschäftigen. Was heißt, wie kann ich dafür sorgen, dass, wenn ich eine Komponente verschiebe oder umbenenne, das in eine höhere Ebene weiterreiche? Was heißt, wie kann das Eltern-Element davon erfahren, dass ich beispielsweise einen Datensatz verändert habe? Der siebte Part wird dann das Erstellen einer REST-API-Demo sein. Das heißt, wir werden uns mit JSON-Server, einem kleinen Node-Tool, eine REST-API generieren, die wir leicht nutzen können, um unsere Daten zu speichern. Und am Ende werden wir uns mit Drag-and-Droppen beschäftigen und dafür sorgen, dass wir unsere Liste auch sortieren können. Das ist im Prinzip alles, was wir in diesem achtteiligen Video-Tutorial machen möchten. Und damit werden wir direkt nächste Woche loslegen. Bis dann, ciao. So, das war's für diese Woche. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Part unseres Angular-Tutorials. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord, aber auch zu Patreon, wo ihr beispielsweise alle restlichen Videos euch anschauen könnt, sofern ihr ein Patreon werdet. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit dem zweiten Part. Bis dahin, viel Spaß und ciao.